Es wird mal wieder Zeit für Nintendo, Switch, eShop, Spiele im Angebot und heute nur Spiele, die auf ihrem All-Time-Low sind. Das heißt, so günstig waren sie noch nie im eShop im Angebot, beziehungsweise eben halt auf ihrem Tiefpreis. Bevor wir aber beginnen, ein wichtiger Hinweis, denn ab, ja ich denke mal ab August, starte ich auf Instagram regelmäßig Gewinnspiele, wo ihr Controller gewinnen könnt, anderes Switch-Zubehör. Deswegen, wer mir auf Instagram noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wie ihr hört, ich bin noch ein wenig erkältet, war im Urlaub, kommt krank wieder und das ist eben das erste Video. Ich würde aber sagen, auch in den Sommermonaten können wir ein paar Switch-Spiele benötigen, bin noch nicht ganz warm. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem ersten Game. Kommen wir zum ersten Spiel und zwar geht es um Harvest Stellar, was ja am 4.11.2022 erschienen ist und es wurde damals auf der Nintendo Direct im September vorgestellt, wo es gefühlt nur um RPGs und Farming Games ging. Es ist ähnlich wie Rune Factory, also Final Fantasy Drift Stardew Valley. Es gibt auch schon eine Demo, ich muss aber direkt dazu sagen, dass ich das Spiel noch nicht gespielt habe und auch noch nicht die Demo. Ich habe aber gehört, es soll eine relativ coole Story haben, ansonsten kann man halt noch Farmen, Angeln, Sachen finanzieren und seine Ausrüstung natürlich verbessern. Ich hoffe nur persönlich, dass diese ganzen Farming-Elemente nicht so aufgesetzt sind und irgendwie mit dazugehören. Wer das Spiel schon gespielt hat, kann dazu ja mal gerne was in den Kommentaren schreiben, das hilft dem einen oder anderen sicherlich weiter. Das Kampfsystem scheint mir persönlich auch zu liegen, da es sich hier nicht um klassische, rundenbasierte Kämpfe handelt. Also irgendwie erinnert das alles ein bisschen an Nino Kuni. Alles also nicht so komplekt. Das Spiel ist allerdings ein ganz schönes Brett, nämlich 54 Stunden und ordentlich sparen können wir auch. Nämlich kostet es derzeit nur 29,99 bis zum 26.07. Far Changing Tides ist das nächste Spiel, was wir im Angebot haben. Und das wurde damals auf irgendeiner Indie-World vorgestellt und hat mich direkt begeistert, weil ich einfach die Grafik relativ schick fand und auch so, wie das Game aufgebaut ist, relativ mein Interesse geweckt hat. Es ist ein Fahrzeugabenteuer, das die Reise eines Jungen uns ein Schiff erzählt, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Segeln wir über stürmische Meere und tauchen in unauslotbare Tiefen und erforschen, vergessen Urin in einer, wie ich finde, wunderschönen, überfluteten Welt. Wir müssen halt so Rätsel lösen, Schiff ausbauen. Der Soundtrack ist wirklich mega. Also ein Spiel, was tatsächlich bei mir auf der Liste gelandet ist und ich mir derzeit mal anschauen werde. Denn der Preis liegt bei 6,99 Euro. Das Angebot geht noch bis zum 2. August. Anfang der 2000er habe ich das erste Rollercoaster Tycoon gespielt und jetzt, wo ich das Game hier vorstelle, bekomme ich wirklich wieder Bock drauf. Momentan ist nämlich Rollercoaster Tycoon 3 in der Complete Edition im eShop im Angebot. Wir müssen wieder einmal spaßige Achterbahnen kreieren und das wirkliche Spaß hier kommt erst dann noch, denn wir können unsere Achterbahn dann auch in der Ich-Perspektive selber testen, bevor wir sie dann für die Masse freigeben. Aber nicht nur um den Fahrspaß müssen wir uns kümmern, sondern auch um das ganze finanzielle, Mitarbeiter, Essensstände bis hin zur Sauberkeit des Parks. In der Complete Edition haben wir alle DLCs enthalten und somit haben wir auch direkt Wasserattraktionen und Tiere im Spiel. Für Fans von Aufbauspielen gibt es hier jedenfalls eine Menge zu tun und das gerade mal für 10,49 Euro. VeloCity 2X bietet eine Mischung aus Arcade-Plattformer und Shoot'em-Up im klassischen Arcade-Stil. Als ehemalige Testpilote müssen wir feindliche Aliens entkommen, die uns entführt und für seltsame kymanetische Experimente missbraucht haben. Glücklicherweise haben uns die Experimente eine Menge übermenschliche Fähigkeiten verliehen, die sich nun als hilfreich erweisen. Noch dazu steht uns ein Jet mit seiner Teleportationstechnologie zur Verfügung. Zur Hälfte besteht VeloCity 2X aus temporreichen Weltraumschlachen im Jet und in die andere Hälfte infiltrieren wir zu Fuß feindliche Basen, um die Aliens dort zu treffen, wo es ihnen am meisten weh tut. In der Switch-Version sind die beiden DLCs Dual Core und Critical Urgency bereits enthalten. Und ich muss sagen, ich hatte eine Menge Spaß mit dem Game und das ist nämlich auch dem Preis geschuldet. Nämlich für 2,99 Euro macht es wirklich eine Menge Spaß. Natürlich ist auch was für die Fans für Motorsport dabei und zwar in Gear Club Unlimited erleben wir die atemberaubende Welt des Motorsports. Wir können uns ans Steuer von renommierten Herstellern setzen und an über 400 packenden Rennen teilnehmen. Wir können unsere Sportwagensammlung vervollständigen und so auch mit diversen Autos Gas geben. Natürlich können wir die Fahrzeuge auch an unsere Bedürfnisse anpassen, wer das möchte und ebenso auf unsere persönlichen Präferenzen einstellen. Ein lokaler Multiplayer für bis zu 4 Spielern ist auch noch mit dabei und das gerade mal für 3,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 27.07. Mit dem nächsten Spiel auf der Nintendo Switch können wir auf der Switch überall ausbrechen. Nämlich ist die Rede ist von The Escapist und im Angebot ist die Complete Edition. Ziel ist es eben aus einem Gefängnis auszubrechen und das Ganze in einem wie ich persönlich finde schönen Pixel-Look. Die Complete Edition enthält zusätzlich alle DLCs sowie Firth Peak, ein Gefängnis, das exklusiv für die Nintendo Switch aufgenommen wurde. Die zusätzlichen DLCs sind Alcatraz, Escape Team, Ducktapes, A Forever und Santa's Sweet Tops. Sowie weitere Einhalte sind enthalten wie London Tower, Bandcamp, Jingle Cells, Paris Central Pan, was exklusiv nur für die Switch ist und First Peak, ebenfalls exklusiv nur für die Nintendo Switch. Und das Ganze ist derzeit für 2,99 bis zum 11.08. noch im Angebot. Aufgepasst ihr kleinen Matrosen und schnürt das Holzbein enger, denn mit King of Seas erhalten wir ein Piratenstrategie Adventure, was mich sehr stark an Pirates von früher erinnert. Die Älteren unter uns werden das eventuell noch kennen. Wir stechen den See und kommen auf Umwegen zu einem kleinen Piratenstützpunkt, der ab dann unser Ausgangspunkt ist. Hier starten wir unsere unterschiedlichen Missionen und können handeln, Gegenstände aus dem Meer fischen, auf dem Marktplatz dieser Welt Ware verkaufen, neue Crewmitglieder anheuern, unser Schiff verbessern und natürlich darf man nicht vergessen, dass wir auch noch andere Schiffe versenken können. Also alles das, was ein klassisches Piratenspiel haben muss. King of Seas ist derzeit auch im Angebot und eventuell mal ein Blick wert, nämlich für 4,99 Euro kann man da wahnsinnig, nicht wahnsinnig viel falsch machen. Also ahoi meine Matrosen. In Crypt of the Necrodancer schlüpfen wir in die Rolle eines Abenteurers, der sich auf eine Quest begibt, um seine verschleppte Mutter zu retten. Das Spiel kombiniert rhythmischen Gameplay mit Roguelike Elementen und einer tiefgründigen Story. Wir müssen uns durch verschiedene Ebenen tanzen, kämpfen, indem wir unsere Bewegung und Angriffe mit dem Rhythmus der Musik koordinieren. Und tanzen? Ja, das kann ich natürlich. Wir können unsere Fähigkeiten und Ausrüstung verbessern, um tiefer in die Krypta vorzudringen. Es gibt auch einen Mehrspieler-Modus, in dem wir mit anderen Spielern tanzen und kämpfen können. Wer also ein Fan von Rhythmus und Roguelike-Spielen ist, der kann mit Crypt of the Necrodancer zum Preis von nur 3,99 Euro nicht wahnsinnig viel falsch machen. Mit dem nächsten Action-Adventure-Spiel hatte ich eine Menge Spaß und es versteckt in keiner Art und Weise, an welche Spielreihe es sich orientiert hat. Denn Blossom Tales The Sleeping King hat sehr viel Ähnlichkeiten mit den alten 2D Sea Legend of Zelda teilen. Die Story, welche als gute Nachtgeschichte erzählt wird, ist sehr humorvoll. Wir steuern Lilly, eine aufstrebende Ritterin und irgend so ein Magier versetzt den König in einen Schlaf. Jetzt müssen wir in den Verließen, welches eben die Dungeons darstellen, die benötigen Zutaten finden, um den pennenden König wieder aufzuwecken. Wenn man eins sagen kann, dann ist Blossom Tales The Sleeping King ein hervorragender 2D-Zelda-Teil, ohne ein wirklicher Zelda-Teil zu sein. Aber alle, die eben dieses Genre mögen, werden einen Heidenspaß mit dem Spiel haben. Der Preis macht auch Spaß, denn bis zum 27.07. liegt es noch für 3,74 Euro im eShop bereit. Mit Arcane ist ein Spiel im Angebot, welches ich ja hier schon einmal auf dem Kanal in einem meiner Series sucht mir meine Nintendo Switch Spiele aus, Folgen gespielt habe und ich war da ja schon voll hellauf begeistert von und das war damals zum Vollpreis. Und jetzt, ja, jetzt erhalten wir Arcane für 99 Cent und jeder, der so Hack'n'Slash-Games mag, die rasant und actionreich sind, dem kann ich Arcane nur wirklich an Herz legen. Unsere Hauptprotagonistin nutzt alle Haupthilfsmittel ihrer Katana, um die Gegner buchstäblich zu zerteilen. Daneben besitzen wir noch zwei Spezialattacken, um den Gegner den Garaus zu machen und ganz wichtig ist, wir dürfen keinen Hit kassieren, sonst ist es um uns geschehen. Und wenn das noch nicht schwer genug ist, der findet sicherlich in einem der zahlreichen Spezialgegner seinen Meister. Wie gesagt, ein super Spiel für zwischendurch und für 99 Cent fast geschenkt. Das nächste Spiel könnte ein schönes buntes Highlight für warme Sommertage werden und zwar geht es um den bunten Rogue-like Neon Abyss, welches vom japanischen Entwicklerstudio Vivo Games stammt. Gameplay typisch steht hier die Story nicht wirklich im Vordergrund, also überspringen wir den Teil und kommen zu dem Teil, wo das Game Fahrt aufnimmt. Im klassischer 2D-Side-Scroller-Manier steuern wir unseren Protagonisten und erforschen so die Level, die aus mehreren Räumen bestehen. Diese werden bei jedem Run zufällig generiert und am Ende eines jeden Levels wartet natürlich ein Boss auf uns. Rogue-like Genre typisch werden wir mehrere Runs brauchen und erst einmal unsere Fähigkeiten ausbauen müssen. Das Gameplay ist schön schnell und ich muss sagen, auch optisch gefällt mir Neon Abyss wirklich sehr. Und für 5,99 erhält man bis zum 11.8. ein Rogue-like für etliche Stunden Spielspaß. Ja, wie gesagt, checkt nochmal meinen Instagram-Kanal aus, Link unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch hier nochmal ein Video zu Nintendo Switch Zubehör, nämlich das ist irgendwas so in die Richtung, was ihr bald gewinnen könnt.